Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhav. Wir schauen uns jetzt das John Deere Traktoren-Pack an, Version 1.0. Das Ganze kommt von der Julia, gibt es nur für PC slash Mac. Ja, und das Ganze zu finden unter Mods und DLCs und dann hier John Deere Pack. Das John Deere Pack ist natürlich nicht einfach nur ein John Deere Pack, sondern wir haben hier auch wieder, wie damals bei den Fendt-Pack, das Ifcos Display-System mit dabei, in allen Traktoren mit integriert. Das heißt, prinzipiell, wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, dann braucht ihr, oder was ihr jetzt braucht, ihr wäre sinnvoll, Dinge wie Proceed, Ballenzähler, GPS von Webster und so weiter und so fort mit reinzubringen. Also, das ist so eine Möglichkeit. Ihr braucht das nicht, ihr müsst das nicht verwenden. Aber wenn ihr alle Funktionen da nutzen wollt, solltet ihr es verwenden. Was ihr allerdings braucht, ist Simple IC. Denn mit Simple IC sind nämlich alle Traktoren hier ebenso ausgestattet und könnt ihr damit steuern, beziehungsweise müsst sogar damit einiges steuern, wie zum Beispiel die Lenkrad-Säule. Nun, da das Ganze hier vom John Deere 5M über 6M über 6R, 7R und 8R geht, und dass es ziemlich viele Traktoren sind mit unterschiedlichsten Config-Blöcken und so weiter und so fort, dass das Ganze den Rahmen sprengen wird, machen wir das Ganze hier in der Kurzfassung. Ich gehe hier mehr auf das IFKOS-System wiederum mit ein. Generell haben wir hier Standardfahrzeuge, die modifiziert sind. Also so, wie sie im Standardspiel sind, plus halt dementsprechend mehr Modifikationen, was zum Beispiel die Konfigurationsblöcke mit angeht. Somit steht bei jedem schon mal Reifenhersteller, Reifenvariante rund umleuchtende Motorausführung. Dementsprechend mit zur Debatte, die ihr hier mit einstellen könnt, beziehungsweise wo ihr mehr damit habt. Ihr habt ja noch eine Dachvariante etc. pp. mit dabei, Spiegel, wie ihr zum Beispiel einstellen wollt und so weiter und so fort. Ja, es geht halt vom 5M, also vom Kleinsten her, von 145 PS über 130 bis 140, 280 bis 300, 296 bis 325 und dann halt der Große, der 8R von 92 bis 450. Jeder Traktor hat natürlich seine Eigenheiten, neben Konfig-Blöcken. Ihr seht hier zum Beispiel beim 6M haben wir deutlich weniger Konfig-Blöcke wie beim 5M zur Verfügung. Dafür hat der 6R wiederum mehr wie der 6M. Der 7R hat dann nämlich ähnlich viel und so weiter und so weiter. Genauso wie der 8R dann auch wieder ein bisschen weniger hat, dafür zum Beispiel noch ein Teppich. Also jeder Traktor hat dann dementsprechend so seine Eigenheiten, ist klar, ist klar. Ja, das Ganze jetzt aber hier, da sind wir alle fünf oder zehn Minuten lang nur im Shop und das würde euch ja dann auch nur nerven. Ich habe sie alle mal hier dementsprechend so aufgestellt, so wie sie standardgemäß rauskommen, um beim Thema Texturqualität was zu sagen. Und ihr seht, es sieht alles soweit toppy aus. Also da gibt es jetzt keine negativen Dinge halt mit dran zu setzen. Sieht so aus, wie man es halt dementsprechend mit erwartet. Die haben jetzt alle hier standardgemäß keine Rundumleuchten. Wie gesagt, das könnt ihr bei jedem Separé mit konfigurieren. Außer hier halt die ersten drei, die haben hier schon mal standardgemäß welche. Hier habe ich sie zum Beispiel auch abgelassen. Und ihr seht, Simple-IC-Points sind dann dementsprechend auch mit dabei. Und ihr seht, der Innenbereich ist alles schick schön. Und ihr seht vielleicht auch schon, was ich hier damit meine, dass ihr Simple-IC braucht. Und eine Simple-IC sieht das dann nämlich so aus. Und dann kriegt ihr das Lenkrad nicht runter. Deswegen ist Simple-IC in dem Falle Pflicht. Weil ihr sonst bei manchen Traktoren hier effektiv, wenn man so sagen kann, nicht lenken könnt. Beziehungsweise es würde halt irgendwie sehr, 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 sehr komisch aussehen. Deswegen aber ansonsten, ja, haut das hier soweit alles hin, um das Ganze mit abzukürzen. Von daher kann man nichts dagegen sagen. Selbstverständlich hat jeder Traktor hier selber auch noch einen separaten Soundfall. Ist klar, hören sich ja nicht alle gleich dementsprechend damit an. Ist aber soweit das Bekannte, was man halt kennt. Also wenn ich jetzt hier mal einsteige. Also kommt uns alles in dem Falle bekannt vor. Können wir in dem Part dementsprechend auch mit überspringen. Ist aber halt in Ordnung. Also von daher nichts Neues im eigentlichen Sinne. Thema Simple-IC. Das ist schon ein bisschen interessanter. Denn auch jeder Traktor hat seine eigene, beziehungsweise seine individuelle Simple-IC-Steuerung. Wenn wir uns das Ganze jetzt zum Beispiel mal beim Kleinen anschauen, sehen wir, wir können hier theoretisch gesehen ein Dach aufmachen. Das habe ich jetzt aber hier nicht konfiguriert. Konfiguriert. Der Simple-IC-Punkt ist aber trotzdem mit dabei. Da nicht wundern. Ansonsten Fahrertür öffnen, schließen. Hier eine Beifahrersitz. Tür rechts in dem Falle. Hammer hier noch mit dabei. Und hier die Heckscheibe. Hat alles schön separat Sound. Alles schick, alles schön. Lenkradtechnisch kann ich hier nichts machen. Wenn wir zunächst größeren gehen, dann sehen wir schon, kann ich hier einmal die Lenkrad-Säule nach unten. Beziehungsweise einmal nach oben klappen. Hier habe ich dann jetzt zum Beispiel ein Dach, was ich hier auf- und zuschieben kann. Ansonsten auch hier wieder Tür öffnen, schließen. Hier kann ich zum Beispiel noch die Seitenfenster öffnen, schließen. Dafür kann ich hier beim Beifahrersitz zum Beispiel nichts machen. Habe hier drüben nochmal die Tür. Habe hier halt das Fenster und hinten dementsprechend die Heckscheibe. Beim nächsten haben wir das Ganze zum Beispiel hier. Da kann ich den ganzen Spaß auch wieder hier so machen. Geht auch die Armlehne dementsprechend automatisch mit runter. Hier habe ich zum Beispiel nichts beim Dach. Dafür kann ich dann hier einmal über das Dach die Steuerung hier öffnen, weil das Dach halt dementsprechend über mir ist. Und hinten auch dementsprechend, in dem Falle seht ihr hier, keine Points, kann ich in dem Falle nicht öffnen, weil hier nichts ist. Also ist da dementsprechend auch wieder ein bisschen weniger. Beim zweitgrößten, sage ich jetzt einfach mal so, seht ihr, kann ich hier, was Lenkrad angeht, wiederum nichts machen. Dafür kann ich die Tür machen, habe aber hier zum Beispiel den Sitz wieder nicht mit dabei. Habe hier auch weniger Punkte, kann dafür jetzt hier hinten wieder die Heckscheibe öffnen und schließen. Und beim ganz, ganz Großen, da habt ihr die, also beim 8R in dem Falle, da habt ihr die meisten Einstellungsmöglichkeiten. Da könnt ihr nämlich einmal einstellen, dass das hier runter ist. Könnt ihr das noch eine Etage weiter nach unten machen. Und zack, wieder ganz nach oben. Da müsst ihr hier zweimal drücken. Dann habt ihr hier auch wieder Beifahrersitz. Hier könnt ihr die Armlehne hoch und runter machen, dass ihr eure Freunde grüßen könnt mit dazu. Dann habt ihr einmal hier die Möglichkeit, noch den Sitz hin und her zu drehen. Ganz interessant auch hier, dass ihr die Spiegel ein bisschen ein- und ausklappen könnt. Das gilt für links und das gilt dementsprechend für rechts. Da habt ihr dann am meisten, dafür habt ihr hier hinten auch wieder mit dazu. Könnt dafür aber hier wiederum Seitendings nichts öffnen. Also der Simple IC und hier dachtechnisch gesehen auch nichts. Der Simple IC ist dann je nachdem immer unterschiedlich. So, dann habe ich das Ganze jetzt hier mal vorbereitet, um euch das IFKOS wieder zu zeigen. Das sieht jetzt hier wiederum ein bisschen anders aus. Hier steht natürlich schon dir und ich FENTA, arbeitet sich erstmal hoch bzw. startet erstmal und dann haben wir das Ganze. Es gibt hier beim 8R, ich glaube zumindest, dass das nicht gewollt ist, noch einen kleinen Bug. Es gab jetzt schon ein paar Updates vom Pack her, das kam jetzt am Wochenende raus, am Samstag. Der 8R hat aber, glaube ich, immer noch einen Bug. Und zwar ist es ja wie bei dem FENPACK auch so, dass ich hier mit STRG rechts und Umschalt rechts reinzoomen kann. Das Ding ist, ich hatte erst gedacht, ey, ist ja cool, das springt nicht mehr zurück, ist ja für Tastatur sehr, sehr angenehm. Und dann dachte ich mir, okay, wie komme ich dann wieder zurück? Ja gut, STRG Y, dann kann ich die Kamera wieder zurücksetzen. Drücke ich jetzt aber STRG Y, ist die Kamera zwar zurückgesetzt, aber so dermaßen weit reingezoomt, dass ich denke, hu, hola. Drücke ich das Ganze nochmal, seht ihr, passiert in dem Fall nichts. Das heißt, ich muss einmal über meine Konsole das Ganze wieder zurück machen. Man sieht auch hier, da sind ein paar Warnings mit drin und ich habe hier sogar oben einen Error in Lua Calls Decken kurzen, der mir hier sagt, dass er mit diesem FOV-Command, wo ich das versucht habe irgendwie zu machen, dass da irgendwas nicht hinhaut. Beim nächst kleineren, also bei dem hier, und wenn ich hier nämlich versuche reinzuseomt, geht es nämlich auch automatisch wieder zurück. Und hier kann ich auch den hier machen und das geht alles vom Dings her. Also da gibt es noch irgendwie einen kleinen Buckle bei den 8R. Ansonsten kann man das jetzt aber natürlich nutzen. Ihr seht, ich habe jetzt hier hinten Mähwerke und vorne die Mähwerke mit dran. Und es ist fast so ähnlich, sage ich mal, wie im Endeffekt bei der Fan-Geschichte. Ihr seht jetzt zum Beispiel, ich kann mit STRG A und D wieder hier durch die einzelnen Monitore schalten. Und ich habe jetzt bei diesem John Deere System ähnliche Informationen, halt nur anders aufgebaut. Ihr seht, Front-Hitch, Rare-Hitch in dem Falle, sprich das alles zusammen. Wenn ich das Ganze jetzt hier einmal in dem Falle hier mit aufklappe, vorne und hinten, ändern sich die Icons. Dementsprechend wieder, wenn ich das nach oben bzw. dann nach unten mache, ändern sich die Icons wiederum. Ich habe hier unten den Fill-Level-Anzeiger mit dabei. Ich habe die Allrad-Geschichten hier mit drin. Ich komme hier leider nicht auf die Maus mit drauf, aber ihr seht diese Transmissions mit drin. Bail-Counter habe ich hier mit drin, deswegen zum Beispiel Ballenzähler-Skript noch als nette Sache. PTU ist hier mit dabei. Ich sehe die Performance, sprich den aktuellen Spritverbrauch. Ich habe GPS hier mit drin. Arbeitsbreite, aktuelle Geschwindigkeit. Working-Time, also sprich aktuelle Betriebsstunden. Und so weiter und so weiter. Parkbremse unten rechts, oben dann noch die Uhrzeit. Wenn ich hier auf die nächste Seite gehe, habe ich das Fill-Level nochmal ein bisschen höher. Trailer 1, Trailer 2 mit Anzeige. Bail-Counter, Today und Wobbit-Bail-Counter mit dabei. Genauso wie hier die Vehicle-Selection. Das ist, wenn ich das hier so durchschalte, habe ich dann einmal mit drin. Dann habe ich einmal das Seed-Fill-Level, also sprich für Bro-Seed das Ganze noch. Kommen wir gleich noch dazu, habe ich hier drüben vorbereitet. Und so weiter und so fort. Dann habe ich hier nochmal das Rare-Management mit dabei, wie das alles so aussieht. Und hier generell noch so ein großes GPS, so eine große GPS-Geschichte. Das heißt jetzt also, im Umkehrschluss, ich habe das Ganze jetzt einfach mal hier. Wo haben wir es? Breit. Schalten wir mal hier unten auf Schwartablage mit dazu. Dann möchte ich einmal gerne das GPS in dem Fall aktivieren. Dann stelle ich mir das Ganze hier mit ein. Versatz, Vorgewendemodus. Jetzt machen wir den ganzen Spaß mal hier. Linienversatz, alle Punkte anzeigen. An, automatische Breite bitte wählen. Dann setzen wir hier wieder einen AB-Punkt. So. Das Ganze jetzt einfach nochmal ganz, ganz grob hier gesetzt. So, habe ich hier meinen AB-Punkt gesetzt. Beim GPS in dem Falle. Seht ihr jetzt auch hier? Das Satellitending ist dann jetzt einmal hier mit dabei. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal einschalten will. Ne, das war das Falsche. Genau. Habe ich jetzt einmal hier die Spurführung mit aktiviert. Gehe einmal hier runter. Gehe hier einmal mit runter. Und dann lasse ich das Ding jetzt einfach mal arbeiten. Und dann seht ihr, habe ich hier die Information. Feld 33. Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen langsamer. Was das Tempomat hier ein bisschen angeht. Dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ne, ihr seht ja jetzt die aktuelle Geschwindigkeit. Man sieht die Ausrichtung auf 360 Grad in dem Falle. Hier haben wir dazu. Ne, ich sehe hier meine Performance. Also meinen aktuellen Spritverbrauch. Working Time, Cruise Speed. Ne, alles im Endeffekt hier genauso mit drin. Ne, hier haben wir jetzt natürlich nichts in dem Falle. Ist klar. Hier genauso wenig. Ihr seht die zwei Zapfwellen arbeiten in dem Falle mit drin. Und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Spurführung deaktiviere. Ne, biep. Dann geht das einmal wieder raus. Also auch da seht ihr das Ganze einmal wunderbar mit drin. Einziger Nachteil an der Geschichte. Ich muss halt hier momentan noch das Ganze so machen. Weil die Kamera noch nicht so ganz will, wie ich das gerne hätte. So weit, so klar. Gehen wir da den ganzen, gehen wir da ganzen Sache mal hier drüben. Richtung Saatmaschine. Ich habe jetzt hier einmal Browseed mit aktiviert. Also einmal hier wieder GPS einmal mit aktivieren. Das ist der mal hier nicht rum halt. In dem Falle. Weil sie sagen, GPS ist nicht aktiv, GPS ist nicht aktiv. So, jetzt kann ich euch einmal wieder hier rein. Dann seht ihr nämlich auch, der zoomt jetzt wie gesagt automatisch wieder zurück. Ich klappe den ganzen Spaß jetzt einmal hier wieder aus. Ne, seht ihr auch. Passiert ja in dem Falle hier mit drin. Dann kann ich jetzt einmal hier sehen. Ich habe jetzt 40% als Fülllevel drin. 1600 Liter Saatgut in dem Falle mit drin. Ihr seht auch hier Trailer 1. Also das wird jetzt als Trailer 1 in dem Fall erkannt. Dann 1600 Liter sind 559 Kilo. Dann seht ihr das Ganze jetzt hier. Ne, sieht gerade. 6 Meter Arbeitsbreite. Wir haben die Spur drin. Also sprich die Fahrgassen mit drin. Current Lane 1 von 1. Drumline 60 Meter. Modus automatisch. Ne, das ist dann jetzt alles mit drin. Ne, und ich lasse das GPS in dem Falle mal hier mit aus. Und fahre jetzt hier einfach mal in dem Falle. Und lasse das Ding hier hinten einfach arbeiten. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier nochmal einmal reinzoome, seht ihr, das funktioniert in dem Falle hier auch ohne irgendwelche Probleme. Ne, und somit kann ich hier einfach arbeiten. So wie ich das halt gerne hätte. Ne, und kann hier währenddessen auch nochmal hin und her schalten. Das ist klar. Ne, da seht ihr halt auch noch die weiteren Informationen. Ne, GPS ist zum Beispiel mehr oder weniger an, aber nicht richtig konfiguriert. Steht natürlich mit da. Felt 32. Ne, hier steht nochmal Cruise Speed. Und alles. Und das Fülllevel nochmal mit dabei. Etc, etc. Also das könnt ihr dann, wie gesagt, genauso nutzen, wie halt hier drüben auch und wie mit allen anderen Gegebenheiten halt mit auch. Ist zum Beispiel ganz nett, wenn ihr Ballen macht, dass ihr halt den Ballenzähler mit drin habt. Sofern ihr das Skript halt benutzt, ne, funktioniert halt einfach einfacher, ne. Ditwege, ditwege, ditwege. Jo, ansonsten, wie gesagt, zum Thema Lock. Bei den 8R ist irgendwas. Hier meckert ihr mir. Bei den 7R in irgendwas rum mit Dashboards, Warning, Blah. Weiß ich noch nicht genau. Ja, aber das hier kann ich nicht nachvollziehen, die drei Warnings. Weil an sich funktioniert es. Beim 8R sehe ich es, dass die Kamera nicht so ganz will. Wenn das so gewollt ist. Kann ja wohl sein, dass das so gewollt ist. Ne, aber irgendwie, äh, es wirkt noch nicht richtig. Ich sag's mal in dem Falle so. Ditwege. Aber ich denke mal, das wird Julia zeitnah fixen. Ditwege, ditwege. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis der Nahrer der Renne. Tschüssigowski. Tschü-tü-lü.